Ein Jahr vor der Wahl. Große Probleme, großer Frust in der Bevölkerung. Wir fragen daher heute, was braucht das Land? Und erhoffen uns Antworten von Menschen, die selbst jahrelang in der Politik oder politiknah damit beschäftigt waren, solche Lösungen zu finden. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen ORF3-Diskussionsformats zur Sache. Ich freue mich auf folgende Gäste. Hans Nislista, ehemaliger Landeshauptmann im Burgenland und Präsident von Sport Austria und damit der höchste Sportvertreter in Österreich. Iva Klavischnik, ehemalige Bundessprecherin, die Grünen, Unternehmensberaterin und Coach. Stefan Petzner, ehemaliger BZÖ-Nationalratsabgeordneter und Politikberater. Wolfgang Rosam, PR-Unternehmer und Veit Dengler, Mitbegründer der NEOS und Unternehmer. Bevor wir in die Diskussion gehen, würde ich gerne mit einer kurzen Frage starten, bitte um eine kurze Antwort. Und zwar möchte ich gerne von Ihnen wissen, was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Problem, das wir derzeit haben? Derzeit haben wir das größte Problem, damit beschäftigen sich sehr viele Menschen, weil viele davon betroffen sind, die hohe Inflationsrate und die Teuerung. Frau Klavischnik? Die Gefahr, dass die junge Generation so viele Probleme aufgebürdet bekommt, dass sie nicht mehr die Chance hat, so zu leben, wie wir leben. Das heißt jetzt auch Inflation oder muss darüber hinausgehen? Alles, also die Komplexität der Probleme vom Bildungssystem, über die Klimaerhitzung, über die Inflation, über die Wirtschaftslage. Also eine komplexe Mischung von sehr vielen Problemen gleichzeitig. Herr Rosam. Schluss mit dem Populismus in so schwierigen Zeiten. Was wir jetzt brauchen, ist eine konstruktive Politik von allen. Nein. Heißt aber, die Politik ist selbst schuld an den Problemen auch oder zumindest mitschuld? Frei von Schuld ist sie nicht. Herr Dengler? Ja, ich würde weitergehen. Ich würde sagen, der fehlende Wille, große Probleme anzugehen, geschweige denn zu lösen, ist das größte Problem, weil alle diese Probleme warten darauf, dass große Würfe kommen. Herr Bötzner, was sagen Sie? Nein, ich finde da ein bisschen einen anderen Ansatz, was fehlt. Es fehlt Mut, es fehlt Zuversicht, es fehlt Kraft, es fehlt Willen, aber es fehlt auch Durchhaltevermögen, Ausdauer, Disziplin. Und wir haben eine falsche Bundesregierung, die all diese Attribute, die ich jetzt genannt habe, nicht erfüllt. Und daher brauchen wir eine neue, auch eine neue Form von Politik insgesamt. Gut, da war jetzt schon ganz viel Kritik drin in Inflation, habe ich gehört Klima, habe ich gehört Bildung, habe ich gehört auch Politikprobleme mit sich selbst sozusagen. Wir haben in den vergangenen Monaten aber auch ganz andere Themen auf die Schreibtische in den Redaktionen bekommen, überraschende, von der Debatte zum Beispiel, was normal ist, bis hin zum Bargeld. Und daher, zu Beginn jetzt die Geschichte, wo stehen wir eigentlich? Da hat Felix Strasser eine Bestandsaufnahme gemacht. Wahlkampfstimmung liegt am Altausseer Kirtag in der Luft. Bundeskanzler Karl Nehammer trinkt medienwirksam ein gewassertes Bier auf Ex. Wenige Minuten später übt sich SPÖ-Chef Andreas Babler in der Bierzelt-Rede. Sogar über mögliche Koalitionen wird gesprochen. Wäre das auch vielleicht ein künftiger Koalitionspartner? Die Entscheidung treffen die Wählerinnen und Wähler. Das Angebot steht. Das Superwahljahr 2024 steht in den Startlöchern. Und damit fällt die Kritik an der Regierung, vor allem von der Opposition, immer heftiger aus. Das ist das Regierungsprogramm der schlechtesten Regierung, die dieses Land je gehabt hat. Irgendwann muss man ja auch einmal den Druck erhöhen auf die Regierung, weil das ist vergleichbar mit einer Situation, mit einem Unfall auf der Autobahn. Die Stimmung im Land gegenüber der schwarz-grünen Bundesregierung ist deutlich getrübt. Laut einer Umfrage des Gallup-Instituts sind 38 Prozent mit deren Arbeit gar nicht und 36 Prozent wenig zufrieden. Kein Wunder, denn die Preise steigen weiter. In den Krankenhäusern und in den Schulen fehlt nötiges Personal. Und wichtige Gesetze wie das Informationsfreiheitsgesetz oder das Klimaschutzgesetz liegen noch immer am Verhandlungstisch. Haben wir noch was zu tun? Na klar! Stattdessen wird über Normalität diskutiert. Bist du noch normal? Oder über Bargeld in der Verfassung. Dieser Sommer war geprägt von Scheindebatten. Während die Neos nicht müde werden, die Arbeit der Regierung zu kritisieren, kommt die SPÖ-Mangelsgeschlossenheit mit ihren Antiteuerungsideen nicht durch. Währenddessen zieht Herbert Kickl mit der FPÖ davon. Eines ist sicher, Österreich erwartet nicht nur ein heißer Herbst, sondern auch ein heißes Wahljahr. Frau Klavisch-Nick, lassen Sie uns gleich zwei Themen, die wir vorhin gehört haben, kombinieren. Das eine, was Sie gesagt haben, fehlende Perspektive für die jungen Menschen und natürlich die Klimakrise, kombiniert aber mit dem, was zum Beispiel auch Herr Betzner gesagt hat, die Regierung sei quasi handlungsunfähig. Da gibt es ja ein ganz gutes Beispiel, nämlich auch im Beitrag angesprochen, das Klimaschutzgesetz. Dazu hat sich die Bundesregierung bekannt. Das ist eigentlich das Schlüsselprojekt für die Grünen. Das vierte Jahr dieser Regierung geht ins Finale und es gibt immer noch kein Gesetz. Verstehen Sie das? Also ich würde diese Analyse jetzt nicht so teilen. Also wie diese Regierung ins Amt gekommen ist, ein paar Wochen später ist die Pandemie ausgebrochen und es gab dann jahrelanges Fahren auf Sicht mit einer Situation, die man vorher so noch nicht gekannt hat. Kurz später darauf kam der Einmarsch der Russen in der Ukraine, also Krieg in Europa. Und jetzt haben wir es mit einer Inflationsrate zu tun, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Also das sind schon Rahmenbedingungen, die für jede Regierung in ganz Europa sehr herausfordernd sind. Und die Leute sind überall gereizt. Das trifft auf Deutschland zu, das trifft auf Österreich zu, das trifft auf Polen zu. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also warum wichtige Gesetzesvorhaben noch nicht realisiert sind, das hat natürlich Gründe. Also einerseits ist immer noch der Föderalismus ein großer, großer Hindernispflock, der bei solchen Fragen immer zu überwinden ist. Also du brauchst immer die Zustimmung auch der Länder, auch der Gemeinden, um wirklich durchgreifen zu können, gerade bei Klimaschutzprojekten. Und auf der anderen Seite brauchst du auch oft die Opposition. Und da bin ich bei Ihnen beiden, weil Sie gesagt haben, es fehlt auch so an der Konstruktivität. Und das teile ich. Es ist mittlerweile die Kompetenz, also wirklich Probleme anzugehen, ehrlich miteinander darüber zu reden und sie auch lösen zu wollen, die schwindet. Und in einem Wahljahr schwindet das natürlich automatisch noch einmal. Also meine Sorge ist, dass das tatsächlich nicht mehr kommen wird. Wie viele andere Abschaffung, Amtsgeheimnisse, ist ein ähnliches Thema. Braucht man auch Länder und Gemeinden? Wäre auch ein Riesenfortschritt in diesem Verhältnis Bürger zu Staat, Bürgerin zu Staat. Also da bin ich leider pessimistisch. Und da teile ich Ihre Analyse. Also die Grünen wollen das. Der andere Koalitionspartner, der größere, die Kanzlerpartei, die ÖVP, tut sich sehr, sehr schwer damit. Beide Parteien haben sich aber im Koalitionsabkommen dazu bekannt. Da muss man doch verstehen, dass die Bevölkerung irgendwie sagt ja, ihr versprecht uns was. Und vier Jahre später kommt es nicht. Wer soll da noch Vertrauen haben? Ich glaube, der Klimapakt ist für die Grünen Wähler ein essentielles Thema. Momentan haben die Leute in Österreich aber andere Sorgen. Also sie haben die Sorgen der Teuerung, sie haben die Sorgen der Unsicherheit, sie haben die Sorgen der nicht besetzten Spitäler, der Versorgung und so weiter. Und ich glaube, in solchen Zeiten muss eine Regierung auch hergehen und die Opposition mit in die Pflicht nehmen oder zumindest einmal einladen. Warum tut es nicht, glaube ich. Das frage ich mich auch. Das ist eine gute Frage. Ich denke, es wäre notwendig, eine gemeinsame Kraftanstrengung auszurufen. Das kann der Kanzler machen, das kann der Vizekanzler machen. Ob die Opposition dann folgt oder nicht, ist eine zweite Sache. Sie werden sich aber dem schlecht verschließen können, weil es geht ja um Österreich. Und derzeit überlässt man der Opposition, und da handelt die Regierung einfach nicht geschickt genug, auch kommunikativ nicht geschickt genug, indem man der Opposition jeden Freiraum lässt, sozusagen alles zu kritisieren, was derzeit hat, nicht funktioniert. Und wie die Frau Klavischnik richtig sagt, es ist ja nicht nur in Österreich, dass es nicht funktioniert. Die Teuerung haben wir europaweit und den Personalmangel haben wir europaweit. Das sind ja keine hausgemachten österreichischen Themen. Und der Regierung ist es nicht gelungen, diese Gesamtproblematiker mal ins Land zu tragen, kommunikativ. Und die Opposition aufzufordern und einzuladen, hier mitzuarbeiten. Also eine quasi Konzentrationsregierung ein Jahr vor der Wahl ist zwar ein Wunschdenken, weil der Herr Kickl wird da wahrscheinlich nicht gerne mitmachen, weil er natürlich jetzt freies Feld hat und alles anpacken kann. Und das wird ihm aber nicht widersprochen. Er wird nicht in die Pflicht genommen. Der Herr Babler verspricht irgendwelche Dinge. Er wird nicht in die Pflicht genommen. Es gibt ja nicht mal mehr Faktenchecks. Es wird herumgeschwurbelt. Es wird irgendetwas gefordert von der Regierung, was teilweise unmöglich ist. Die wissen das auch, die das fordern. Aber es wird berichtet und die Öffentlichkeit glaubt und sagt, ja, die haben recht. Und daher haben wir solche katastrophalen Umfrageergebnisse für eine Regierung, wie sie kaum eine Regierung davor, wahrscheinlich noch gar keine, zuvor hatte. Jetzt haben Sie ja die Inflation als größtes Thema angesprochen. Immer mehr Menschen in Österreich können sich das Leben nicht mehr leisten. Das wäre an sich für eine Oppositionspartei, wir haben es ja eh gerade diskutiert, eine Steilauflage. Nicht aber für die SPÖ. Warum nicht? Man muss ja mal grundsätzlich sagen, dass die Regierung versagt hat bei der Bekämpfung der Inflation. Wir sind in Österreich, haben die höchste Inflationsrate der westeuropäischen Länder. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist ja nicht gegeben, sondern das ist hausgemacht. Da hat die Regierung wesentliche Beiträge geleistet, dass wir die höchste Inflation in den westeuropäischen Ländern haben. Welche würden Sie da nennen? Zum Beispiel, dass man in den Strompreis eingreift. Die Energie und der Strom hat wesentlich zur Inflation beigetragen und trägt weiter bei. Das heißt, dort, wo die freie neoliberale Marktwirtschaft voll zuschlägt, muss sich Bremsen ziehen, muss die Menschen entlasten und muss die Inflation herunterdrücken. Es gibt Länder in Europa, die haben 2-3% Inflation. Die Schweiz, die 2-3% Inflation hat und Österreich liegt bei 8% Inflation. Man hat Helikoptergeld noch verteilt, um ganz einfach die Inflation weiter anzuheizen. Also das ist ein komplettes, da wundert es mich, dass man von Seiten der Wirtschaft nicht offen Kritik übt. Denn hätte man die Strompreise reguliert, dann hätte man sich unterm Strich auch sehr, sehr viel Geld erspart. Die Menschen selbst die Inflationsrate gedrückt. Und wenn man jetzt sagt, wir haben eine hohe Inflationsrate, die höchste in Europa, und jetzt soll man bei Gehaltsverhandlungen stillhalten, dann kann nicht der Arbeitnehmer das Versagen der Bundesregierung mitfinanzieren. Also das ist einmal ein Schritt, der nicht in Ordnung ist, wo ganz einfach die Inflationsrate zu hoch ist, wo man nicht eingegriffen hat und wo man verkehrte Sachen gemacht hat. Aber wir wollten ja eigentlich über die SPÖ reden. Wenn wir über Faktenchecks reden, jeden Faktencheck stand, weil wir in Europa eben die höchste Inflation haben und die Teuerung damit ganz eng verbunden ist und die Gehaltsabschlüsse sich auch an der Inflationsrate sehr intensiv orientieren werden. Es teilen ja offenbar viele Menschen die Kritik an der Regierung. Sonst wäre es ja nicht möglich, dass die FPÖ in allen Umfragen sehr stabil auf Platz 1 liegt. Könnte ja die SPÖ auch. Jetzt weiß man, dass die SPÖ seit einigen Jahren eine Führungsdebatte führt, die hätte sie beenden können. Im Mai hat sie aber nicht, beziehungsweise sie hat eine Entscheidung getroffen. Aber man hat immer noch nicht das Gefühl, dass die SPÖ geschlossen auftritt. Ist es nicht oder erkennt man sozusagen den Ernstverlager nicht? In der SPÖ wird der Spitzenkandidat danach beurteilt, inwieweit er erfolgreich bei Wahlen ist. Und ich habe es vorher gesagt, ich sage es wieder, dass mit Hans-Peter Doskozil die SPÖ sehr gute Chancen gehabt hätte oder wahrscheinlich jetzt schon in den Umfragen die Nummer 1 wäre, wenn er an der Spitze wäre und die SPÖ geschlossen wäre. Also insofern stimmt es, dass die SPÖ noch nicht vorne ist. Aber das heißt, man muss eben intensiv weiterarbeiten, um die Menschen zu überzeugen, damit man eben das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler kriegt. Jetzt ist ja die Wahl in einem Jahr erst, wahrscheinlich, vielleicht, genau weiß man es nicht, aber planmäßig. Heißt das, dass für Sie die Spitzenkandidatur noch nicht entschieden ist? Nein, nein, ich bin Demokrat und akzeptiere das, was abgestimmt wurde, wenn es eine Banne gegeben hat. Also insofern ist das zu akzeptieren, akzeptiere ich auch. Ich bin nur der Überzeugung, dass eben die Umfragen deutlich bessere werden bei einer anderen Entscheidung. Also insofern, ja, es wäre eigentlich für die SPÖ eine extrem gute Voraussetzung bei dieser Inflationsrate, bei dieser Wirtschaftsentwicklung. Wir stehen ja vor einer Stagnation der Wirtschaft. Das werden wir in den nächsten Monaten sehen, wie schlecht es der Wirtschaft geht. Und dass da viel zu wenig Unterstützung gegeben hat, keine treffsichere Unterstützung gegeben hat. Also insofern wird die Arbeitslosigkeit steigen. Es wird das Wirtschaftswachstum sich in Grenzen halten. Wir brauchen das aber alles, um den Sozialstaat weiterfinanzieren zu können. In den Umfragen räumt nicht die SPÖ ab, sondern die FPÖ. Jetzt haben wir hier schon ein paar Mal gehört, es fehlt Konstruktivität in der Debatte, auch von Seiten der Opposition. Sie selber haben gesagt, Mut wäre gefragt. Ist es nicht eigentlich, sagen wir nicht im Sinne der Republik, wenn eine Oppositionspartei, die sieht sehr zulauf, nicht mitarbeitet, nicht auch versucht mitzuwirken am Gedeihen dieses Landes, sondern halt wirklich jedes Mal nur sagt, schlecht, auch schlecht, noch schlechter, ganz schlecht. Na, ich mache das gerne am Beispiel Sicherheit fest. Und vergleiche das gerne. Wir haben ja den Innenminister Kana, der macht wie ein Hamsterrad eine Pressekonferenz nach der anderen, wirft mit Zahlen durch die Gegend Schengen-Veto hier, Frontex dort. Und Kana kennt sich aus, was meint er einfach. Doch, es fehlt die politische Erzählung. Ich glaube, der Herr Rosam weiß genau, was ich meine. Was macht die FPÖ? Sie macht diese politische Erzählung und sie braucht dazu nur zwei Worte. Zwei. Nicht 5000 Sets und 3000 Zahlen, wie der Herr Kana das tun muss. Diese zwei Worte sind Festung Österreich. Kannst du dir jeder was vorstellen? Jeder hat schon einmal zu Hause als Kind eine Sandburg gebaut. Jeder weiß aus China und überall her, was eine Festung ist. Und das in Kombination mit einer Erklärung und fortsetzend die politische Erzählung, warum es diese Festung Österreich braucht, warum diese notwendig ist, warum oder wofür oder wovor uns diese Festung schützen soll. Und mit dem Abschluss dieser Erzählung schafft man dann auch Wählervertrauen. Aber die Festung Österreich kann es erstens mal schwer geben, weil Österreich ein Teil der Europäischen Union ist. Und andererseits war ja der jetzige Parteiobmann Kickl, war Innenminister und die Festung hat er auch nicht geschafft. Also ist das nicht einfach nur ein... Es geht um die politische Erzählung. Also man soll einfach was erzählen. Ich nenne Sicherheit ist ein kaltes Wort. Zahlen sind auch kalt. Ich bezeichne das immer als kalt. Was ist Sicherheit? Die ganze Zeit lese ich überall Sicherheit. Jedes Wahlplakat, mehr Sicherheit. Sicher ist sicher. Sicher hier dort, sicher da. Geht man am Senkel und den Leuten draußen auch schauen. Was ist Sicherheit überhaupt wirklich? Du musst Sicherheit definieren. Festmachen. Sagen, was es für dich bedeutet. Und in kurzen Worten festmachen. Und das macht die FPÖ genau mit diesen zwei Worten. Mit dem, was sie herum dazu angibt. Stichwort Migration. Und daher ist sie auch so erfolgreich. Herr Dengler, Sie haben die NEOS mitbegründet. NEOS sind angetreten, um eine neue Art der Politik nach Österreich zu bringen. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Ziel in irgendeiner Weise erreicht worden ist? Nein, punktuell schon. Aber natürlich ist noch viel vor uns. Und ich glaube zu dem, was die Kollegen hier links und rechts gesagt haben. Das Problem ist nicht, dass die Werbung schlecht ist. Es gibt einen schönen Satz. Gute Werbung bringt ein schlechtes Produkt schneller um. Und das Problem ist nicht, dass die ÖVP oder die SPÖ keine gute Werbung haben. Das Problem ist, dass das Produkt nicht stimmt. Und was heißt das? Das Erste, das Wichtigste, glaube ich, für uns ist, würde ich jetzt plakatieren. Ich habe zumal plakatiert, Wien darf nicht Chicago werden. Ich glaube, der richtige Satz ist, Österreich darf nicht Argentinien werden. Argentinien war vor 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt. Vor 60 Jahren haben sie ein höheres Pro-Kopf-Einkommen gehabt als Österreich. Und jetzt haben sie ein Fünftel des Pro-Kopf-Einkommens. Das sind viel ärmer als Österreich. Und die waren in keinem Krieg. Die haben keine Naturkatastrophen erlebt. Sondern das geht wirklich nur darum, dass sie seit Jahrzehnten falsche Wirtschaftspolitik haben. Und wenn Sie jetzt zurückdenken, die letzten 10, 15 Jahre in Österreich, bei den großen Entscheidungen wirtschaftspolitisch, waren wir einfach immer nicht gut. Ja, wir haben mehr ausgegeben in Covid als fast jedes andere Land in Europa. Und wir haben schlechtere Wachstumszahlen, schlechtere Produktivitätszahlen als zwei Drittel der anderen europäischen Länder. Das zieht sich jetzt durch, durch alle Politikfelder. Wir machen in der Migration, eiern wir herum. Wir eiern herum im Bildungsthema. Wir haben ein Drittel der Schüler, die funktionell in Alphabeten sind. Das heißt, die können einen einfachen Text nicht lesen und dann verstehen, was da drin gestanden ist. Das ist ein Drittel der Schüler. Und unsere Bildungspolitik eiert herum, wabert herum und es ändert sich nichts. Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass die FPÖ wird groß, weil es ein Vakuum gibt in Österreich, nämlich ein Vakuum an guter Politik. Und dann wird eine FPÖ groß, weil alles, was ich sagen muss, ist Festung Österreich. Und dann sagen viele Leute, na schlechter als die, die das jetzt machen, wird es nicht. Aber man muss sich einwerfen, warum steigen dann alle anderen Parteien nicht? Die müssen ja auch alle hochgehen. Die SPÖ müsste hochgehen, die Grünen vielleicht weniger. Die Neos müssen nach oben schießen. Extremisten können immer leichter eine Geschichte erzählen. Keiner schießt nach oben. Die Einzigen, die zulegen. Und das rasant, Platz 1, Kanzlerfrage, Platz 1 ist die FPÖ. Da sollte man sich einmal Gedanken machen, warum das so ist. Und ich habe dieses Beispiel genannt, und da geht es nicht nur um die politische Erzählung, sondern ich habe auch gesagt, dass natürlich eine Politik dahinter stehen muss und umgesetzt werden muss, gerade in der Migrationsfrage, was dieses Festung Österreich dann auch rechtfertigt. Was dieses Festung Österreich ausfüllt und ausdrückt. Herr Rosam, Sie wollten was dazu sagen. Stefan Betzer sagt ja eigentlich sehr plakativ jetzt, wie die Politik heute auskommt, nämlich mit Schlagworten. Wir haben auf der rechten Seite Schlagworte, Festung Österreich reicht ja. Niemand erklärt, was das sein soll, wie das gehen soll. Wer ist da mit gemeint, wen sperren wir aus? Sie haben gesagt, wir sind in der EU, wie soll das alles gehen? Es reicht offensichtlich, Festung Österreich zu plakatieren. Mehr muss man nicht mehr sagen. Es reicht offensichtlich auf SPÖ-Seite zu sagen, die Reichen sind schuld. Wir nehmen denen ein bisschen was mehr weg, dann haben wir unten kein Problem mehr. Der größte Blödsinn, wenn man das einmal ein bisschen Fakten checkt. Aber die Leute glauben so, das geht halt rein. Und das ist dieses Vakuum der sachlichen Auseinandersetzung. Und der Herr Dengler sagt es ganz richtig, wenn wir nicht aufpassen, fahren wir wirklich an die Wand. Das argentinische Beispiel finde ich ja signifikant, dramatisch, aber richtig. Ja, es dauert lange. Es geht nicht von heute auf morgen, dass wir an die Wand fahren. Aber wenn wir so weitermachen, wir haben keine Rezepte. Die Wirtschaftspolitik ist derzeit nicht vorhanden. Das muss man einfach auch der Regierung sagen. Sage ich auch. Und wenn wir nicht eine gemeinsame Kraftanstrengung, ich komme zu meinem Eingangsstatement zurück, jetzt sehr rasch in Angriff nehmen und Lösungen finden, wie wir dieses Land wieder aus dem ganzen Schlamassel herausbringen und weiterkommen, dann fahren wir wirklich an die Wand. Und wir werden es erst merken, vielleicht in zehn Jahren. Und unsere Kinder werden sich schön bedanken. Aber der Weg, den wir derzeit haben, der ist falsch. Und soll mir keiner sagen, dass der Weg mit besseren Schlagworten wie Festung Österreich oder wir müssen nur eine Vermögenssteuer einführen und die Reichen ein bisschen schröpfen, dann geht es den anderen schon wieder besser. Das ist ja alles, das ist alles unseriös. Das ist keine Politik, die auch einer Opposition würdig wäre. Weil ich glaube, dass die Leute schon reif genug sind für Lösungsvorschläge. Das darf auch wehtun, wenn man dann eine Verbesserung der Situation in Aussicht gestellt bekommt oder erreicht. Ich würde gerne Sie um... Aber das ist wieder, da muss ich einwerfen. Das waren nicht nur Schlagworte, sondern ich habe erklärt, welche Politik da dahinter stehen muss. Und das ist auch das, was ich nicht mag, dieser ständige Negativismus. Wir wollen ja gleich konstruktiver. Aber der Herr Dengler hat sich vorher noch gemeldet. Vor Ihnen hat sich der Herr Dengler gemeldet. Die Grünen haben zuerst geredet vom Klimawandel, dann wurde es plötzlich die Klimakrise. Mittlerweile sind wir schon in der Klimakatastrophe. Was kommt als nächstes? Ich weiß nicht, Klimaapokalypse. Nein, wir werden auch das schaffen. Wir werden auch das bewältigen, meine Damen und Herren zu Hause. Forscherinnen und Forscher weltweit arbeiten daran, rund um die Uhr, um neue Energieformen zu entwickeln und zu erfinden. Und hier passiert Revolutionäres, Sensationäres. Es ist zum Beispiel gelungen, das muss man sich vorstellen, dass wir aus dem Weltraum Energie auf die Erde bekommen. Nur redet keiner drüber. Sie machen Angst. Positiv sein, positiv bleiben. Die Leute sagen, was wir schaffen können. Jetzt der Herr Dengler, dann der Herr Nesl. Nicht immer nur schlecht reden. Alle Energie kommt aus dem Weltraum, aber das ist ein anderes Thema. Wirtschaftspolitik ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, da ist eins, wo eine gewisse Ernsthaftigkeit auch fehlt. Und da sind auch dicke Bretter. Aber, und da hat der Herr Betzner, der Herr Betzner ist da schon auf einem richtigen Dampfer. Wir müssen uns auch klar sein, dass bei vielen Leuten Migration ein Problem ist. Und wenn wir uns ehrlich sind, haben viele andere Parteien dafür keine ordentliche Antwort. Und vielleicht sollten wir ein bisschen von Dänemark lernen. In Dänemark sind die Sozialdemokraten und die Liberalen und die Konservativen relativ einig, dass man die Systeme verschärfen muss. Dass man zum Beispiel den Nachzug verschärfen muss. Dass man gewisse Regeln einführt für, wer bei uns bleiben darf und nicht. Und da trauen sich viele andere Parteien nicht drüber, weil sie glauben, dann spielt man der FPÖ in die Hände. Aber man spielt eher der FPÖ in die Hände, wenn man das nicht tut. Und man muss nicht der Schmiedel sein zur FPÖ. Man muss nicht in denselben Grauslichkeiten reden. Aber man kann durchaus in der Sache bestimmter sein. Und ich glaube, das ist manchmal der Elefant im Raum, über den wir nicht reden. Weil ganz vieles hat man auch bei Brexit gemerkt. Bei ganz vielen Leuten geht es nicht um Wirtschaft und geht es nicht um Sachen, weil das auch recht abstrakt ist. Aber es geht darum, wenn das Krankenhaus voll ist, wenn die Schulen voll sind, wenn die Verkehrsnetze nicht mehr funktionieren gut, dann hat man ein Problem. In der Schweiz nennt man das Dichtestress. Und Dichtestress ist tatsächlich ein Problem und damit muss man auch umgehen. Herr Niesel, Sie wollten was sagen? Ich glaube, dass die Politik an Glaubwürdigkeit verloren hat. Das sind alles gute Vorschläge. Und wenn das die Politik sagt, dann wird dem nicht mehr geglaubt. Warum? Weil oft das, was versprochen wurde, nicht gehalten wurde. Und ich glaube, dass das beste Beispiel ist, zu sagen, nicht, ich will das machen, sondern dort, wo ich die Möglichkeit habe, etwas zu verändern, das auch zu verändern, damit die Menschen sehen, ja, die gehen den Weg. Die haben den Auftrag und das wird umgesetzt und werden dafür gewählt, nämlich das, was sie gesagt haben, auch umzusetzen. Und die Glaubwürdigkeit, die ist verloren gegangen. Wenn, wie vorhin auch gezeigt wurde, über 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher mit der Arbeit der Regierung nicht zufrieden sind und die FPÖ in den Umfragen gut liegt, die SPÖ große Luft nach oben hat, dann ist das Vertrauen allgemein in die Politik kein allzu Gutes. Und an der Glaubwürdigkeit zu arbeiten und nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen, sondern zu sagen, ja, wir machen das in der Bundesregierung. Wer hätte die Bundesregierung daran gehindert, im Bildungsbereich Reformen zum Beispiel zu machen? Wir haben das dritteuerste Bildungssystem in Europa. Wir haben einen mittelmäßigen Output im Bildungsbereich. Jetzt wird versprochen, vier Milliarden Euro in den Bildungsbereichen, die ganztägige Betreuung der Kinder zu investieren in den nächsten fünf Jahren. Ja, bitte, da sind wir zehn Jahre hinten. Also das, glaube ich, ist ein Thema, das man jetzt verspricht. Glaubwürdigkeit wäre es dann, wenn man es schon gemacht hätte und sagen, wir bauen es weiter aus. Das ist der eine Bereich. Der nächste Bereich ist der Klimaschutz. Glaubwürdig zu sein, was ist machbar, ohne dass wir die Wirtschaft abwürgen, ohne dass Wirtschaft ist für mich auch... Das ist ja gar nicht nötig, dass wir so... Die Arbeitsplätze erhalten werden oder neu geschaffen werden. Das ist der springende Punkt. Und wenn wir im Burgenland, ich sage das jetzt, 150 Prozent des Strombedarfes aus erneuerbarer Energie herstellen, dann zeigen wir, wohin der Weg geht, ohne dass die Wirtschaft belastet wird und dass Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Im Gegenteil, es sind Arbeitsplätze geschaffen worden. Und wir gehen wieder dort in den Bereich neue Wege. Nämlich vernünftige Wege, die von den Menschen mitgetragen werden, mit Photovoltaikoffensiven, mit Speicherforschungen im Bereich der Speichermöglichkeiten und dann sogar vom Strompreis einmal unabhängig zu werden, weil die Menschen verstehen nicht, wie der Strompreis sich entwickelt, was in Brüssel beschlossen wird und der Strompreis geht aufgrund der verschiedenen Beschlüsse oder wenn der Gaspreis geht, geht der Strompreis mit. Das sind alles Dinge, die nicht in Ordnung sind, dass die Menschen dann immer mehr verstehen, nicht mittragen, kein Vertrauen in die Politik haben, weil ihre Sorgen und ihre Anliegen nicht in entsprechender Form behandelt werden. Wir wollen ja nicht, dass die Menschen jetzt am Freitagabend uns abdrehen, weil sie sagen, das weiß ich schon alles, dass es so schwierig ist. Ich habe die Beispiele auch genannt. Wenn man zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energie vernünftige Lösungen machen kann und wie man im Bereich der Bildung was machen kann. Und da würde ich jetzt gerne... Und da kann man auch über den Gesundheitsbereich und über den Pflegebereich und über alles reden. Genau das wollen wir jetzt machen. Und zwar würde ich gerne von Ihnen jetzt ein bisschen wissen, diese Probleme, die Sie zuerst skizziert haben, aber noch ein paar andere, was könnten denn die Lösungen sein? Beginnend jetzt bei dem Thema, das Sie angeschnitten haben, nämlich wir wollen den jungen Menschen eine Perspektive geben. Klima, wie der Herr Betzner angesprochen hat, Sie kommen aus der Umweltschutzbewegung, originär eigentlich. Was ist denn Ihr Vorschlag? Wie kann man denn jungen Menschen eine Perspektive geben? Also ich glaube, einerseits ist dieses Thema mit der Erzählung schon in einem Punkt richtig, nämlich dass man eine gewisse Zukunftshoffnung auch wieder geben muss. Also dass man ein Bild zeichnen sollte, wie es auch funktionieren könnte. Ich bin mit der Debatte trotzdem ein bisschen unglücklich, weil ich das Gefühl habe, dass Parteipolitik hier trotzdem eine Rolle spielt. Also diese Vorwürfe, die Regierung hat total versagt und die Opposition ist super. Also ich glaube, das ist etwas, wo Leute dann gerne den Fernseher abschalten, sage ich ehrlich. Und ich würde mich eher darauf freuen, wenn wir eine Diskussion führen, wo wir wirklich Sachargumente austauschen und wirklich auf der Ebene bleiben. Die Regierung hat nicht alles falsch gemacht. Die Regierung hat vielleicht viele Sachen auch falsch gemacht. Aber diese Differenziertheit würde ich mir einfach wünschen, dass wir da bei der Sache bleiben. Also ich glaube, dass es schon möglich gewesen wäre, auch in diesen letzten vier Jahren mehr im Klimaschutz zu bewegen. Aber es stehen einfach noch sehr viele strukturelle Bausteine einfach im Weg. Und ich habe den Föderalismus angesprochen. Ich war sehr lange im Österreich-Konvent. Das war der Versuch einer Verfassungsreform. Eben genau diese Bündelung der Kompetenzen, dass der Staat besser funktionieren kann. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Ansatz, dass wir unsere Staatsstrukturen auch wirklich ernsthaft anschauen, was funktioniert noch, was funktioniert nicht mehr. Und wirklich auch relativ schonungslos auch sagen, da müssen wir andere Wege gehen. Und da werden wahrscheinlich auch unter Umständen föderalistische Strukturen auch einmal angegangen werden müssen. Also das ist mit Sicherheit ein Lösungsverfahren. Und abgesehen vom Föderalismus, wo würden Sie sagen, sehen Sie noch Verbesserungspotenzial oder Änderungsnotwendigkeit? Also ich glaube, dass man beim Steuersystem auch wirklich über eine Entlastung nachdenken muss. Also so sehr ich das auch nachvollziehen kann, dass man über Vermögensbesteuerung, Erbschaftsbesteuerung diskutiert. Das ist auch eine Diskussion, die ist vielleicht notwendig. Aber trotzdem sind wir ein absolutes Hochsteuerland. Also dass die Wirtschaft tatsächlich erwürgt wird. Und vom EPU bis zu den großen Unternehmen. Und Sandburg, Österreich ist in dem Sinne absoluter Quatsch. Wir sind eine exportorientierte Wirtschaft. Also 50 Prozent unserer Wirtschaft ist von Export abhängig. Also wir sind so international aufgestellt und so international vernetzt, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir in dem Bereich uns nicht einen wirklichen Klotz am Bein schaffen. Also da muss man überlegen, wie man runterkommt. Und das geht eben, glaube ich, auch mit so einer Verwaltungsreform. Und das letzte Thema, dann bin ich schon fertig. Also der ganze Fokus, die ganze Energie gehört in den Bildungsbereich. Und das fängt bei den Kleinsten an. Und wenn man dann solche Debatten hört, wie jetzt kürzlich im Parlament, wo ein Abgeordneter sagt, Kinderbetreuungsplätze zerstören die Familien. Und das ist irgendwie die größte Katastrophe, wenn man nicht das Kind bei der Mutter hat. Da denke ich mir schon immer an Leute, wo sind wir denn? Also bitte, das ist eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen, bei den Kleinsten anzufangen. Also wenn das wirklich, jetzt wäre ich vielleicht unfair, aber ich habe vorher gesagt, keine Parteipolitik. Aber das sage ich auch als Frau. Also wie kann man sich so hinstellen und zu sagen, das Kind gehört zur Mutter und der Kinderbetreuungseinrichtung zerstört die Familien. Das braucht die Wirtschaft, das brauchen die Frauen für ihre Selbstständigkeit, für ihre selbstständige Lebensplanung, für ihre Pensionssicherheit, für ihre Unabhängigkeit auch. Also das ist so ein wichtiges Projekt und vor allem nützt es auch der Kinderbildung. Also Kindergarten, Schule, Ausbildungssystem, das sind die absolute Priorität meinerseits. Ein Problem, das niemand von Ihnen genannt hat, interessanterweise. Was ich aber persönlich für ein sehr wichtiges Problem halte, ist der Gesundheitsbereich. Da hören und sehen wir ja praktisch täglich, dass es am Personal fehlt, dass es auch an Geld grundsätzlich fehlt, an der Ausstattung. Wie erklärt man Menschen in Österreich, wenn man jetzt über Jahrzehnte gesagt hat, das ist das teuerste und beste System in Europa oder überhaupt der Welt, haben wir auch immer wieder mal gehört, dass man monatelang auf wichtige Operationen wartet, mit Schmerzen zum Teil. Wie lässt sich sowas vermitteln und vor allem, wie kann man das ändern? Ich glaube, erstens einmal, es wird eben nicht erklärt. Und das ist ein Problem, weil die Leute es nicht verstehen. Nehmen wir Wien her. Wien war immer ein Musterland für Gesundheitsversorgung, Spitalsversorgung, bla bla bla. Und jetzt werden Abteilungen gesperrt und dergleichen. Man stellt sich nicht Diskussionen, man lässt auch aus innerparteilicher Raison völlig absurde Forderungen im Raum stehen. Beispielsweise, wenn der neue Parteivorsitzende der SPÖ, Babler, eine 32-Stunden-Woche fordert und der Gesundheitsstaatrat Hacker im kleinen Ärztekreis sorgt, der ist ja wahnsinnig, wie soll ich meine Spitäler dann noch versorgen mit 32 Stunden? Ich bringe ja jetzt schon nicht die Leute stundenmäßig zusammen im Pflegebereich, im Versorgungsbereich, im OB-Bereich und dergleichen. Das heißt, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, die Dinge so auszusprechen, wie sie sind, die Probleme zu analysieren und zu sagen, wie eine Lösung, und auch wenn es Jahre dauert, bis wir die Lösung haben, das geht ja alles nicht von heute auf morgen, wir sind in ein Dilemma gekommen, hier ist einiges übersehen worden offensichtlich, jetzt muss man aus diesem Dilemma wieder raus, aber ich glaube, die Leute sind reif dazu für die Wahrheit, die Leute wollen die Wahrheit hören, sie wollen keine Parolen hören, sie wollen kein parteipolitisches, opportunistisches Geplänkel hören, sondern sie wollen Lösungen hören und sie wollen ernst genommen werden. Und die Politiker derzeit im Land nehmen die Wähler um sich nicht ernst, weil sie mit ihnen nicht Dacheles reden. Und ich glaube, das stinkt den Leuten auch derzeit. Das haben wir schon gehört. Und deshalb haben wir so einen großen Politikfrust auch. Man hört ihnen nicht mehr zu. Richtig. Also das ist genau, deshalb sitzen wir hier, weil das so ist. Der Herr Nisler hat sich gemeldet, Sie haben sich gemeldet, und zwar Sie auch, also eins, zwei, drei. Und bitte auch zum Thema Gesundheit. Also man kann natürlich die Opposition kritisieren, nur die Regierung hat auch im Gesundheitsbereich nichts gemacht. Da können wir auch drüber reden. Wo sind die Ausbildungsplätze oder mehr Ausbildungsplätze für Ärzte? Wenn man einen gravierenden Ärztemangel in Österreich hat und es werden nur 1.500, 1.600 ausgebildet und ein Teil davon wandert ins Ausland ab. Wo ist hier das Konzept, nämlich die Ausbildung der Ärzte deutlich anzuheben? Das hätte man schon lange beschließen können. Warum macht man das nicht? Warum bildet man nicht mehr Pflegekräfte in Österreich aus? Warum hat man bis vor kurzem in der Ausbildung den Frauen, die gesagt haben, Ja, ich wechsle den Beruf, in der Ausbildung nichts bezahlt. Wie soll eine Alleinerzieherin sich als Pflegerin ausbilden lassen? Aber wir wollen ja die Antworten drauf. Ja genau, das sind ja die Antworten. Sie nehmen aber nur die letzten drei Jahre her. Wenn wir über die Probleme reden und über Lösungen reden, da können wir nicht nur sagen, analysieren, das ist so. Das wissen wir eh, was Sie gesagt haben. Da brauchen die Hörerinnen und Hörer nicht zuschauen. Aber das sind ja Vorschläge, die die Regierung machen könnte. Die hatte die Möglichkeit zu sagen, wir bilden mehr Ärzte zum Beispiel aus. Wir bilden mehr Pflegerinnen aus. Wir geben in der Ausbildung, wie das bei der Polizei ist, schon eine Entlohnung. Zum Beispiel diplomiertes Personal auszubilden. Genau das ist es. Die Bezahlung anzuheben. Die Schwerstarbeiterregelung, die schwerste Arbeit, die dort gemacht wird, in entsprechender Form abzugelten. Also genau dieses Versagen. Wenn wir bei der Gesundheit und bei der Bildung, Sie kommen ja von nun, das ist aus der Regel. Nein, nein, Sie, wir reden jetzt von Gesundheit. Einen Satz, einen Satz. Entschuldigung, nein, das möchte ich fertig sagen. Weil Sie viel über Gesundheit geredet haben. Und genau das Thema Gesundheit ist eines der wesentlichsten Themen. Wir sprechen schon lange, und das sage ich als Präsident von Sport Austria, dass wir sagen, Prävention statt Rehabilitation. Was wird tatsächlich, wie viel Geld wird für Rehabilitation ausgeben? Sehr, sehr viel. Ist auch notwendig. Und was wird für Prävention ausgegeben? Das waren aber rote Gesundheitsminister, die gesagt haben, wir haben zu viele Ärzte. Entschuldigung, Sie kommen immer in die Parteipolitik. Mir geht es doch um, Sie kommen in die Parteipolitik in erster Linie. Sondern mir geht es darum, aufzuzeigen, wie man das Problem lösen kann. Und das sind konkrete Vorschläge. Und ob jetzt der rote Gesundheitsminister geworden ist, jetzt haben wir Grüne, die das mit der Regierung auch nicht aufgreifen. Und wir haben Schwarze. Es geht jetzt alles ein bisschen durcheinander. Ursprünglich war in der Liste nach dem Herrn Listl der Herr Dengler dran. Und den nehme ich jetzt auch kurz dran. Und dann können alle anderen was sagen. Der Herr Landeshauptmann hat angesprochen, Vertrauen in die Politik läuft. Das können wir uns, glaube ich, einig sein. Aber ich glaube, die Ursache ist eine andere, als Sie glauben. Nämlich die Ursache ist nicht, dass man die Sorgen der Menschen nicht hört. Dazu gibt es viel zu viele Meinungsforscher und Politikberater, die jeden kleinen Lüfterl in der öffentlichen Meinung analysieren. Und dann glauben, sie müssen die Parteien genau taktisch nächste Woche darauf ausrichten. Das Problem ist ein anderes. Und Sie haben es angesprochen. Wir haben eines der teuersten Bildungssysteme Europas und kriegen unterdurchschnittliche Ergebnisse. Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme Europas und kriegen schlechter werdende Ergebnisse. Wir haben die teuerste Covid-Bekämpfung gehabt in Europa, außer Zypern und noch am Land. Und haben unterdurchschnittliche Ergebnisse. Das Problem ist nicht, dass wir nicht genug Geld ausgeben. Das Problem aber bei der Politik ist immer, Sie glauben, das sagen zu müssen, da brauchen wir noch eine Bildungsmilliarde und hier brauchen wir die Milliarde und hier brauchen wir die Milliarde. Das kann nicht die Antwort sein. Wir sind nämlich schon bis hierher besteuert, wie Sie gesagt haben. Man kann nicht die Kuh, von der man Milch haben will, umbringen, nur damit man irgendwie glaubt, man kriegt mehr Geld, das man verteilen kann. Das Spiel ist ähnlich. Das ist irgendwann vorbei. Was passieren muss, ist, man muss zum Beispiel den Schulen Autonomie geben und die Schulen brauchen nicht zwei oder drei Bürokratie-Ebenen drüber, die die begutachten und beurteilen, wöchentlich und monatlich, was sie machen. Die brauchen mehr Autonomie, das Ganze wird viel billiger. Wir müssen den Bundesstaat aufräumen. Wir haben ganz viele Kompetenzen, die in Bundes und Ländern sind. Das klingt abstrakt, aber was das heißt, ist, dass es dieselben Leute gibt, die in Wien und in Graz und in Linz sitzen und im Wesentlichen an denselben Themen arbeiten. Und wir leisten uns viel mehr Staat, als wir dafür kriegen. Und wenn man nicht Argentinien, wenn das zu weit weg ist, dann kann man Griechenland nehmen, weil Griechenland hat auch hohe Steuerquoten. Das wird dann halt viel beschissen bei der Steuer, weil die Leute wissen, ich kriege nicht das Gesundheitssystem und ich kriege nicht die Ausbildung, die so hohe Steuern rechtfertigen. Und auf diesem Pfad sind wir. Das heißt, bis wir bereit sind, große Reformen zu machen, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem. Und das muss heißen, wir müssen viel effizienter werden. Wir müssen digitalisieren, aber mit Karacho. Es kommt immer mehr künstliche Intelligenz, die wir einsetzen können, die ganz große Produktivitätsfortschritte bringen wird. Aber das müssen wir machen. Wir hinken bei allem hinterher und tun irgendwie so an kleinen Schrauben drehen oder noch schlimmer über Bargeld reden. Die große Schraube, Herr Betzner, ist dann was? Ja, die große Schraube lehne ich jetzt nicht, auch wenn es jetzt viele nicht gern hören wollen. Aber es ist die Wahrheit. Die Probleme, die wir haben und die hier diskutiert wurden, teilweise in ganz abstrakten Bereichen, die draußen nicht keiner versteht. Ob das der Bildungsbereich ist, der Wohnungsbereich ist, ob das die Gesundheitsversorgung ist. Alle Bereiche, die wir hier haben, die zentralen, fußen alle auf einem großen Problem, dass die enorme Zuwanderung und Migration, die stattgefunden hat und diese massive Steigerung der Bevölkerungszahl, die österreichischen Systeme damit nicht mithalten konnten. Das heißt, der Bildungsbereich konnte da nicht mitwachsen. Der Gesundheitsbereich konnte nicht mitwachsen, ist da zu sehr unter Druck geraten. Wenn das stimmt, wäre Amerika eines der ärmsten Länder der Welt. Wenn das stimmt, wäre Amerika eines der ärmsten Länder der Welt. Weil die wachsen die ganze Zeit, aber die Systeme halten mit. Also was wir fix wissen, ist Gesundheit und Pflege ist ohne Zuwanderung nicht zu stemmen. Das kann ich überhaupt nicht vergleichen. Das wissen Sie, das ist auch völlig falscher Zusammenhang. Nur weil eine Bevölkerung wächst, das ist überhaupt nichts passiert. Das ist ein ganz, ganz anderes System. In Österreich ist es so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Gehen Sie einmal, gehen Sie einmal, gehen Sie einmal in eine Notaufnahme, gehen Sie einmal in eine Notaufnahme, in einem Wiener Spital. Ich war dort und dann schauen Sie sich an, wer dort wirklich sitzt. Aber dann sehen Sie doch viele Menschen mit Migrationshintergrund, oder? Ja, die meisten haben alle Migrationshintergrunds und da sehen Sie keinen Österreicher mehr. Zweitertankt. Ja, aber was heißt das jetzt? Sonst wären Sie nicht da. Widerspricht der deiner These? Nein, überhaupt nicht. Widerspricht der deiner These? Nein. Also ich halte es nicht aus, dass man die wirklichen Komplexen... Das ist das Problem, dass die Krankenhauskapazitäten nicht Schritt halten konnten mit der enormen Zuwanderung. Und das sorgt auch dafür, dass man Gang geht und das weiß ich was anderes. Ich will mich hier von diesem Negativismus wieder nicht anstecken lassen. Und ein Positivbeispiel nennen, was wir im Gesundheitsbereich schaffen werden. Elon Musk hat erst vor wenigen Tagen die Genehmigung der US-Behörden bekommen, dass ein Chip in ein Gehirn eingepflanzt werden kann. Dafür sucht man jetzt Testpersonen, dass möglich wird, dass Blinde wieder sehen können und dass Lahme wieder gehen können. Das werden wir schaffen. Das werden wir hinbekommen. Vor dem Tipp haben wir wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen zu tun. Frau Klavischnik, Sie waren an Bord. Diese Antwort an allem sind die Ausländer schuld. Ich glaube, das ist nicht diskussionswürdig. Das kann man wirklich beiseite stellen. Und das andere Faktum ist, dass gerade im Gesundheitsbereich und im Pflegebereich, also ohne Zuwanderung, Österreich mittlerweile sehr arm ausschauen würde. Also da arbeiten so viele Frauen aus anderen Ländern, ohne die werden wir wirklich aufgeschmissen. Und das ist Faktum. Und vielleicht kann man hier ein bisschen einen Faktencheck vielleicht auch noch mal machen. Sie sind unterscheidend. Nein, ich bin dran. Jetzt kommt die Frage. Ich lasse einfach, ja. Und im Gesundheitsbereich, ich glaube, das ist schon wirklich komplex. Sie haben gesagt, es ist wenig passiert. Sie wissen, wie schwierig es ist, für den Pflegebereich überhaupt Personal zu bekommen, weil es einfach ein sehr, sehr harter Job ist. Es gab eine Stunde Arbeitszeitverkürzung. Es wird die Pflegelehre jetzt einmal versucht. Also da gibt es gewisse Erfolge. Aber ich stimme Ihnen zu, dass wir da wirklich noch einen weiten Weg zu gehen haben. Aber es wurden mit Sicherheit auch Projekte auf die Reise geschickt. Und Sie wissen das auch selber. Gerade Ärztemangel, das sind strukturelle Themen, die man immer nicht innerhalb von ein oder zwei Jahren lösen kann. Also es wandern sehr viele ab nach Deutschland. Es wandern sehr viele ab in die Schweiz, auch weil die Arbeitsbedingungen nicht passen. Arbeitsbedingungen kann man auch nicht von heute auf morgen so mit einer Maßnahme verbessern. Das sind alles Dinge, die brauchen auch ihre Zeit und ihre strukturellen Reformen. Das stimmt so nicht. Denn ich kann sehr wohl beim Medizinstudium sagen, ja, du kannst studieren und du verpflichtest dich, fünf, sieben Jahre in Österreich zu bleiben, wenn du zahlst, du dein Studium. Das ist EU-konform. Das gibt es in anderen Ländern. Das gibt es nur in Österreich nicht. Das Nächste ist, das schwedische Modell zu übernehmen. Wir können nicht nur sagen, wir machen noch mehr Betten. Es sind ja schon 2.400, glaube ich, sind gesperrt in Österreich, sondern wir können das schwedische Modell übernehmen, wo, oder das skandinavische Modell, dass ein Promilsatz vom Gesundheits-, vom Krankenanstaltenbereich in den Sport fließt, in die Bewegung fließt, mit dem Kindergarten, über die Pflichtschulen, die tägliche Bewegungseinheit von Erwachsenen bis hin zu den Senioren und Pensionisten. Das haben wir in Österreich nicht. Wir haben nicht das Bewusstsein, dass Bewegung und Sport ganz einfach für die Gesundheit elementare Voraussetzungen sind, um das Gesundheitssystem zu entlassen. Ich bin sofort wehnen. Unterstütze ich doch gar nicht. Wir haben von Professor Helmenstein eine Studie, dass sich über 2 Milliarden Euro das Gesundheitssystem einsparen könnte, wenn man diese tägliche Bewegungseinheit auch in entsprechender Form umsetzt. Wir sind dabei, Pilotprojekte zu haben. Es fehlt die Finanzierung. Da muss ich auch etwas Positives über die Bundesregierung sagen. Über die Opposition werden Sie nichts Positives sagen. Also die Bundesregierung hat gerade im Sport gut unterstützt. Das muss ich auch dazu sagen, mit dem MBO-Fonds, mit der täglichen Bewegungseinheit, mit den Pilotregionen, wo die tägliche Bewegungseinheit umgesetzt wird, mit der Absetzbarkeit für Spenden für den Sport. Ich muss ja ein bisschen einbremsen. Das geht in die richtige Richtung. Und das würde das Gesundheitssystem und das Pflegebereich entlasten. Die Schweden zum Beispiel werden so alt wie die Österreicher. Aber sie sind 10 Jahre lang gesünder und entlasten das Gesundheitssystem. Ja, die ernähren sich auch. Essen, die Kastnitzel. Wollte ich gerade sagen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber da oberte ich auch im Gesundheitsministerium nicht das Verständnis, dass Bewegung einen wesentlichen Beitrag zu der Gesundheit leisten würde. Gut, das war jetzt schon sehr konstruktiv. Im Gegensatz natürlich zu vielen anderen Fronten, die wir jetzt erlebt haben. Aber wir sind wirklich schon am Ende. Ich würde jetzt trotzdem gern von Ihnen im Sinne der Zuschauerinnen und Zuschauer gerne etwas von Ihnen Positives hören über eine Partei, der Sie weniger nahestehen. Und daher möchte ich mit Ihnen beginnen. Und Sie fragen, was hat Ihrer Meinung nach die ÖVP in letzter Zeit richtig gemacht? Die ÖVP? Sie haben sich jetzt gefragt, genau. Da steht sehr bemüht. Nein, also ich glaube, dass es gut ist, dass die Kinderbetreuungsthematik auf den Tisch gelegt worden ist. Also das war für mich ein sehr interessanter Move von Kanzler Nehammer, weil ich lange Zeit das Gefühl hatte, er sagt blaue Sätze nach. Aber die Kinderbetreuungsmilliarden, diese 4,8 oder 5 Milliarden Euro, sind eine absolut unterstützenswerte Sache. Ich habe mich sehr gefreut, das zu hören. Herr Rosam, was ist denn der FPÖ gelungen in den letzten Monaten? Der FPÖ gelungen, das ist jetzt wirklich die schwierigste Frage der ganzen Woche. Ich werde mich bemühen. Ich glaube, dass man unterscheiden muss zwischen FPÖ, Mr. Kickl und der Arbeit von vielen FPÖ-Funktionären in den Bundesländern draußen. Und ich denke, dass dort sehr gute basispolitische Arbeit gemacht wird, die ich nicht schmälern möchte. Der Herr Kickl ist eine Dimension für sich. Was haben Sie, Herr Dengler, den Grünen in letzter Zeit hoch angerechnet? Darf ich nicht auf die FPÖ antworten? Nein. Okay, gut. Also, ich glaube, die Grünen sind natürlich auf einem Thema drauf und bleiben drauf, das für uns essentiell ist, nämlich die Klimaveränderung ist real. Wir sind jetzt auf einem Weg von plus 2,6 Grad. Das klingt wieder extrem abstrakt. Das heißt aber sehr viel Konkretes, nicht Gutes auch in diesen Breitengraden hier. Und wir müssen da mehr machen. Jetzt kann man darüber streiten, über die politischen Vorgaben, die daraus rauskommen. Aber ich glaube, die Thematik ist wichtig und auf dieser Thematik müssen wir draufbleiben. Und ich sage noch einen Satz zur FPÖ. Sie hat nämlich, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Was nicht geht, ist, dass die Bevölkerung stetig wächst und Wohnraum, Schulen, Gesundheitssysteme, Verkehrsnetze nicht mithalten mit diesem Wachstum. Jetzt könnte man sagen, okay, kein Wachstum mehr. Dann gehen wir nach Japan. Und ich glaube, in der Gesellschaft wollen wir nicht leben. Die veralternt nicht. Wir brauchen dieses Wachstum und Bevölkerung. Aber wir müssen viel besser werden und unser Geld viel besser einsetzen, damit unsere sozialen Systeme mithalten können. Herr Petzner, wir bleiben positiv. Ich habe in wenigen Worten zusammengefasst, was ich vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt habe. Aber ich wollte Sie gar nichts zur FPÖ fragen, sondern ich wollte Sie was zur SPÖ sagen. Welche Entscheidung der SPÖ haben Sie in letzter Zeit gut gefunden? Na, ich will etwas sagen, wo alle Parteien gut arbeiten. Auch gut? Alle, ja. Nämlich die Landeshauptleutekonferenz. Du hast sie immer, die steht nicht in der Verfassung. Aber Sie, Landeshauptmann, waren dort. Ich war dort mit Landeshauptmann Heider. Da sitzen alle Parteien dort, schwarze, rote, auch der Heider damals, blau. Die haben dort unabhängig von der Parteifarbe gut zusammengearbeitet, versucht für die Bundesländer, das Maximale herauszuhalten. Da war kein Streit. Das war ein freundschaftlicher Umgang. Okay, das sehen ja nicht alle so, muss man sagen. Und man hat am Ende sehr, sehr viel herausgebracht. Und das ist so, so viel gelungen. Das heißt, die Landeshauptleutekonferenz zeigt vor, dass Politik sachlich funktioniert und nicht nur dauernd gestritten wird und hinten noch nichts ausräumt. Also, wie gesagt, Bundespolitiker sehen die Landeshauptleutekonferenz eher kritisch zur SPÖ. Fallt Ihnen nichts Positives ein? Ich finde, diesen Fokus jetzt auf, diesen wirklichen Fokus auf Sozialthemen, diesen linken Kurs halte ich strategisch gesehen, für die SPÖ ist richtig. Bleibt noch die NEOS. Was haben die NEOS in letzter Zeit gut gemacht? Ja, der Kollege hat ja vorher gesagt, es gibt im ländlichen Raum, ich glaube, da wird man recht geben, wahrscheinlich noch Potenzial nach oben. Da muss ich als Burneyender sagen, sind die NEOS sehr wenig präsent. Ich glaube, sie sind von 171 Gemeinden in einer Gemeinde vertreten. Positiv, haben wir gesagt. Ich sage es nur, deswegen... Immerhin einer. Deswegen ist meine Nähe zu den NEOS natürlich nicht in... Allerdings muss ich zu den NEOS sagen, dass die Vorsitzende doch in einigen Bereichen sehr gute Vorschläge gemacht hat und eine konstruktive Oppositionspolitik macht. Na gut, bitte. Lob für Beate Meinl-Reisinger und die Landeshauptleutekonferenz. Damit beenden wir diese Runde. Wir haben gesehen, meine Damen und Herren, es gibt doch noch einiges zu tun und es fehlen uns auch noch ein paar Antworten. Aber das war ja auch erst die erste Ausgabe von Zur Sache und hoffentlich folgen viele, viele weitere. Am kommenden Freitag gibt es jedenfalls ein neues Thema am selben Sendeplatz. Dann begrüßt Sie Wolfgang Geier. Jetzt geht es im Programm von UF3 weiter mit der Sendung München 7, zwei Polizisten und ihre Stadt. Einen spannenden Freitagabend noch und ein erholsames Wochenende. Untertitelung im Auftrag des ZDF,